Hier mal ein kleines Quiz für euch zu Hause zum Thema Hund. Ich bin gespannt auf eure Lösungsansätze. Schreibt sie in die Kommentare. Folgende Ausgangssituation. Ein Zwergpudel folgt der Bezugsperson zu Hause auf Schritt und Tritt. Zudem kann er nicht alleine zu Hause bleiben und sobald man sich mit etwas anderem beschäftigt, fängt er an zu fiepsen, Spielzeug zu holen und den Hundebesitzer anzuspringen. Das war schon alles von der Ausgangssituation. Ziel ist es jetzt, einen Trainingsplan zu erstellen bzw. eine Lösung zu finden, dass der Hund dieses Verhalten nicht mehr zeigt. Ich bin sehr gespannt auf eure Ideen. Wie gesagt, schreibt sie in die Kommentare und morgen gibt es die Musterauflösung.